Peace Freunde und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns an Tore, die nie wieder erzielt wurden, also die einmalig sind. Ich bin krass gespannt. Ich liebe schöne Tore. Wir lieben alle schöne Tore und heute sehen wir unglaubliche Tore. Deswegen bleibt auf jeden Fall von Anfang bis Ende dran. Wird ein unnormal geiles Video. Lasst doch gerne ein Like da und ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ich will gar nicht lange sabbeln. Lasst einfach direkt gucken, was wir hier zu gucken bekommen. Witzig. Guck mal hier, direkt. Es fängt an. Es fängt direkt an mit einem Kracher. Junge, den wollte er so, ne? Auf Ernst? Ich glaube, den wollte er so. Auf Ernst sogar. Ich glaube, den wollte er so. Den wollte er genau so und nicht anders. Boah, Ashley Young. Ashley Young, Junge. Boop, boop. Was eine Körpertäuschung. Verrückte Körpertäuschung. Ich sage ehrlich, nicht wundern, warum ich gerade so schwitze. Ich habe gerade so eine richtig scharfe Mahlzeit zu mir genommen. War unnormal scharf und dann komme ich immer so ins Schwitzen. Und, ja. Ja, Mann. Fliegender Holländer. Ich sage euch, wie es ist. Da hat doch niemand mitgerechnet, dass er den so nehmen würde. Niemand. Der Torwart nicht. Der Verteidiger nicht. Wir nicht. Niemand hat damit gerechnet, dass er den so nimmt. Und der war auch sehr schön genommen. Peter Crouch. Der war auch sehr schön genommen. Guck mal, wie Ronaldo den damals geschossen hat. Ronaldos Freistöße bei Manchester United größer als alles andere. Ich habe es geliebt, Digga. Ronaldo bei Manchester United in der alten Zeit. Vor dem Transfer zu Real Madrid. War so krass. Guck mal jetzt, wie er den aus dem Winkel reindreht, Salah. Unglaublich, ne? Aber das ist halt Salah. Linker Fuß. Verrückt bei ihm. Galaktisch. Zack, zack. Geile Bewegung. Zack, zack. Macht er das Tor danach noch, oder was? Boah. Das ist hart. Das ist hart, Saul. Da hast du einen rausgehauen, ne? Was macht der denn da? Neymar, was hast du denn da gemacht, dachte ich mir eben. Und dann haust du so einen raus. Bro, Neymar, auch in der brasilianischen Liga, war noch andere Liga, ne? Also das war nochmal... Der hat da so viel geskillt. Der skillt ja immer noch viel. Aber damals in der brasilianischen Liga, wo er noch bei Sao Paulo und so war, hat er so krass viel geskillt. Und da haben alle immer gesagt, wenn er jetzt zum Top-Verein wechselt, der wird das nicht da machen können und sowas macht er. Der macht es trotzdem weiter. Boah. Junge. Also das Tor, Ipa. Du hast viele schöne Tore gemacht, aber das Tor war schon sehr, 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 sehr schön. Guck mal hier. Genau so habe ich auch früher mal mit Hacke gemacht. Zack. Ich war auch so ein kleiner Skiller. So ein Techniker. Aber mittlerweile... Oh. War da Harry Maguire schon am Start, oder was? Aber mittlerweile bin ich... Bin ich ein bisschen eingerostet. Ich muss wieder reinkommen. Habe echt lange nicht so richtig Fußball gezockt. Muss mal wieder mehr zocken, damit ich auch wieder besser werde. Damit ich auch wieder solche Dinge raushauen kann. Mein Rabona ist immer noch gut, wie vorher auch. Da bin ich ja schon... Da bin ich ja schon... Habe ich ja schon die Meisterdisziplin. Mit dem Rabona. Die ich gut hinbekomme. Aber die anderen Sachen... Muss ich nochmal wieder trainieren. Digga, geil. Oh. Giroud, Junge. Scorpion-Kick-mäßig. Boah. Ich finde, das sind nicht die geilsten Tore. Dieses Scorpion-Kick-Dinger. Genau sowas. Er macht Scorpion-Kick-Vorlage. Und er macht Kung-Fu-Fighting-Kick. Und dann Tor. Den Clip kennen wir schon alle. Was ein komischer Clip, ne? Dass er da irgendwie ein Salto macht. Und dann irgendwie noch wieder checkt, wo er ist. Und das Tor dann macht. Schon krass. Aber allein, dass er so perfekt landet. Ja, Mann. Johann Gottes. Bats. 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 Was hat er gemacht? Bro Bro Das werde ich nie wieder vergessen Was war das denn? Der macht einfach Hakebomb Krank Boah Boah Reaktionsschnell der Mann Guck mal wie er schneller aufsteht und dann wieder Wupp Seidvollziehen macht mäßig Ey dieses Video gefällt mir unnormal Aus der Drehung nicht mal das Tor angeguckt Und den so in den Winkel geballert Peter Crotch was hast du für Tore gemacht Junge Das ist frech Das haben wir alle schon mal in unserer Jugend gemacht So ein Elfmeter geschossen Aber das in einem Profispiel zu machen Das ist frech Das ist sehr frech Schön Emre Can Super Digga was eine Flugbahn Junge Junge Guck mal die Flugbahn an Alter Hat der da einen Spin reingekloppt Torwart wusste gar nicht wo vorne und hinten ist Ja das war halt von Eriksen frech gemacht Ich glaube das war Eriksen Dann habe ich das schon öfters gesehen Wie frech der ist Boah Bergkamp auch verrückt Damals gewesen Bergkamp zurecht auch eine Icon bekommen Sage ich euch ehrlich Der war schon Der war schon Arsenal war schon damals Top of the Premier League Jetzt mittlerweile auch wieder Gott sei Dank Arsenal gehört für mich auch unter die Top 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 5 in der Premier League Ja man Ibra Digga Digga Ibra Du bist doch so ein verrückter Mensch Guck mal wie er guckt Guck mal wie er guckt Er wusste selbst Was er da gerade gemacht hat War das gerade ein Eigentor ja ne Das ist hier Nee Roberto Carlos Ja Da kann ich nicht viel zu sagen Das ist halt Roberto Carlos ne Das ist halt Roberto Carlos Aber dieses Tor kennen wir halt alle In und auswendig War das so geil Junge ich liebe sowas Wie viele Leute machen denn so Hackentore Ich hab das gar nicht auf dem Schirm gehabt Dass wir so viele schon davon haben Also ein Freischluss kann man nicht geiler schießen Als Payet den Gard geschossen hat oder Den kann man nicht geiler schießen Das gibt keinen geileren Freischluss Als wie Payet den Gard rausgekloppt hat Ja das war's auch schon Leute Lasst gerne ein Like da Lasst ein kostenloses Abo da War auch nochmal ein cooles Video Bis zum nächsten Mal Peace Das ist halt Vielen Dank.